Willkommen zu einer neuen Runde. War of Warcraft von Blizzard Entertainment. Patched on the World of Warcraft. Auf dem Privatserver Rising Gods. In der Drachenöde. Jetzt hier an der Dämmerkuppe. Hier haben wir noch eine Quest gefunden. Meldet euch bei Kreuzritter Valus in der Lichtwarte. What? Und das soll jetzt? Ach, das hätten wir wahrscheinlich gefunden, wenn wir mit dem Ding ins Boom ins Kirchensgleich hierher gefahren wären. Die Frage ist, ob ich es mit dem Gerät machen darf. Kann sein, dass er mich rausschmeißt, wenn du in bestimmte Regionen kommst. Aber das werden wir auch gleich mal testen. Hier unten hast du einen Gebietswechsel dabei. Und wir hüpfen mal hier rein. W-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Gewohnterweise mit der rechten Maustaste hoch, runter. Kannste vor und zurück ziehen. Sieht man jetzt etwas schwierig. So, weil das Gelände hier so uneben ist. Dazu müsste ich dann mal kurz stehen bleiben. wenn wir mal irgendwo was sehen, da siehst du es so hier, kannst du vor und jetzt siehst du wieder eine schnell, so hier so vor zurück vor zurück dann düsen wir mal hier weiter, 15 Minuten haben wir das Ding das sollte gerade so reichen hier oben muss irgendwo ein Geier sein da war ein Schatten du hast einen Schatten das auch das auch, es wäre ja schlimm wenn ich keinen Schatten hätte was? ja, ja, glaub's mir hmm halt einfach mal rein das ist gut und nochmal jawohl, da laufen noch andere rein 13 haben wir schon 14 und den düsen wir mal hier unten rum da können wir da mal reinhalten ach ne, da hat noch gar nicht jetzt hat er erst mal ein bisschen weiter runter hier hin jawohl so schieß genau genau, jetzt können wir da rein jetzt da unten siehst du auch wie weiter vorzieht wer geht also unten da wo die 1 steht links daneben siehst du wie weit du maximal schießen kannst das ist die höchste Erhöhung da hinten rein ist das schon mal der Riesboden dort? hier rein und dann hier vorn nochmal rein 29 jawohl jetzt haben wir so 10.000 jawohl geh mal raus aus der Kiste hier ist irgendeine Akku so das haben wir auch und das ist der von der Lichtwarte aha Judy haben wir das auch gesehen so dass die Bäume hier nicht so schön entästet sind Mensch habt ihr denn keinen Gärtner hier? alle tot das sind untote hier bestimmt auch untote Gärtner Bombe Bombe Quest beenden 5 Ballisten unter Beschussen nehmt nehmt die Bomben das ihr einfach so oder? nicht mal fliegen aber vielleicht könnte ich das ja fliegend machen ui hier sind mehrere Quests wieder aufgegangen das ist scheinen ich habe mich schon gewundert denn hier gibt es doch mehr Quests ja ja ist ja schön gut hier liefert die Seuche der Verlassenen bei Dr. Sintar in Agmars Hammer ab Agmars Hammer Agmars Hammer ja alles klar ne ich habe das jetzt mit Neu-Argament verwechselt boah das wäre es gewesen ne du brauchst noch nicht aufsitzen hier brauchst du noch nicht aufsitzen das hier mit Neu-Argament hervorholt müssen wir dort wieder hinten rein in den Stall das scheint oben drüber zu sein jawohl die Reppin hat eine Quest für uns Tagesübersicht Tagesübersicht steht das muss ich wissen das könnte sein dass du das wissen musst aber ich weiß es nicht keine Ahnung wo es das gibt wir testen es aus wir testen es aus klar jawoll so hier gehe ich mal ein bisschen weiter runter nicht nicht dass ich dann absitze genau das meine ich jawoll schicken gleich zu mir wunderprächtig jo klappt das hier nochmal so schön bäm kriegst du im Flug auch noch schönen Spott ins Gesicht Scheine will Scheine will Scheine blub blub das fetzt das können wir hier gleich nochmal machen zack jawoll bäm hier gibt es ja aber nur vier Ballisten na gut stehen ja noch mehr rum und wenn wir das jetzt so schräg machen oh ja der kriegt trotzdem Akku der kriegt trotzdem Akku aber ich dachte ja wir können mal 1-2 Maps sparen aber hast du recht wozu wozu wir haben es ähm ja hast du hier noch Balliste und so nö hast du nicht steht hier unten nicht meine da ist einer ähm Nummer 5 das sieht aus als wäre ich hier irgendwas drin oh das sieht genau aus wie hier nö hier nicht da auch nicht vielleicht hier links nö nö ähm nö auch hier hier auf dem Tisch dankeschön nehm ich mal mit ähm die solche der Verlassenen die Bomben Termitenfalle brauchen wir auch noch legen wir gleich mal raus dann soll hier drüben was drin sein ähm schätze ich dann mal uch jemal hier rein und links rum in die Hauptthalle jawohl hm umnutzen entweder hier unten links drin oder oben das sind so die berühmten Stellen auch dieses Gebäude gibt es öfters in diesem Spiel wir gehen mal oben rein querheim Schulterplatten mhm 53 def wisch hier ist ich wollte auch sagen das geht doch immer noch mal um die Ecke ich hatte es jetzt spiegelverkehrt im Kopf hä das ist so ein beliebter Raum für sowas oder scheint es wirklich unten drin zu liegen hm runtergehüpft ich wollte gerade sagen geht es noch nicht weiter hier geht es noch mal rein ja da hat jemand geklöppelt wow was macht ihr da ich klau dir hier eine Tagesübersicht die neuesten Nachrichten so zu sagen nein ich sage jetzt das böse Wort nicht mit hier hast recht immer drauf da jibi juhu wieder Pferdchen ohne Reiter wo ist denn das letzte hat das Licht am Strand Sägewerk Termiten ja das ist wieder so pauschal das ist oh hier sitzt nicht mehr ab das ist schön das kennen wir ja auch schon ne an irgendwelchen Sägewerken hier Termiten aufstehen oh da kommen sie alle inklusive Großknecht jawohl jibi Moschen Schnetzeln immer drauf jawohl stückchenweise zurück einfach nur damit wir ein bisschen Übersicht haben beim Looten was gab es da was gab es denn da ach so nur Kleinzeugs Schwererstung Stoff äh einhändig 16 Stärke 16 Verteidigung Moment 292 320 Damage aber 16 Verteidigung ist fett es sind 28 Stärke äh 28 Schaden weniger Krit und Angriffskraft Angriffskraft kriege ich hier auch und Ausdauer noch na dann rein damit dann haben wir das auch mal gewechselt feines Ding und jetzt wo wir noch mal unten am Strand die liegen was war denn das schon wieder vom Toon seltsam seltsam ist zum Glück ganz selten ich weiß aber nicht an welchem Spiel das Licht ob es direkt am WoW ist oder ja tatsache am Aufnahmeprogramm oder sind es irgendwas na gut das war jetzt bei dem anderen war es ja auch beim Shadowplay komm her oh Mist was hat jetzt von hinten noch einer gekriegt ich dachte ich habe noch einen gezogen unendliche Geschichte hier ja aus einem macht 5 kennt der Hexenmeister zum Beispiel beim Vieren oder der Priester schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg jene ah von hier werden wir sogar richtig darüber geschickt das ist auch schön fett damit du die Posten alle kennenlernst ich hoffe mal dass wir dann von hier nicht auch noch hierher geschickt werden ja wenn du nur mal kurz ohne Folge bist aber wir haben ja schon gesehen dass es hier oben ein Quest gab das ist hier drin Instanz Quest gab und nochmal das ist hier Quest gab und hier unten auch nochmal wir haben noch ein bisschen was vor uns aber eins nach dem anderen Stück für Stück Trebsche für Trebsche hier genau hier draußen drin war nichts doch drin ist auch Quest beendet geht unter Deck während die Deckmatrosen damit beschäftigt sind und sucht nach den Seekarten wird kommen jo dann müssen wir mal das Öl hier rausholen müssen wir erstmal das Schiff anzünden hier drücke ich mal die Übersichten in die Hand liefert die Tagesübersichten bei Agentin in Neuherdweiler Feinde im Übermaß jo 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 Neuherdweiler der Spion in Neuherdweiler ach ja ja jetzt macht es wieder Klick und so ja ich habe da was gebombt Zauber macht dann nein jetzt müssen wir mal vergleichen das was ich anhab ist ja der Dev Umhang wir machen 18 Rüstung minus wir kriegen 48 Angriffskraft verlieren 21 Stärke verlieren 9 Ausdauer und die ganz bestimmten nicht Zauber macht bleibt doch mal stehen 331 3362 ist hier ja meine Zeit ist schon da ganz sicher das verstehst genau so bei dir gehen wir mal verkaufen verkaufen sieht man sieht man du hängst da so ein bisschen knochig durch ähm bum 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 und weiter geht's wir melden uns bei der Troller die hat auch noch ein paar Quests für uns immer quer durchs Gebisch ich weiß wo es lang geht kann ich zumindest behaupten ja ja zicke mal hier nicht so rum du sonst lege ich dich übers Knie Gebetsbuch ja das kriegst du dann auch noch wir düsen mal hier runter schmeißen hier mal so ein bisschen Öl dran oder wo das blau ist ne ich dachte schon wieder Kobalt oder Kobalt Kobalt nehme ich mit ist mit dir nicht in Ordnung achso du warst ja vorhin schon so fluchtviecht jo 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 so, dann ziehen wir hier zusammen aber ich hoffe nur die beiden so mal triffst du den auch jetzt so, die anderen die soll man nämlich ablenken über das Öl und das sind nämlich sehr viele das hat eigentlich einen größeren Umkreis ha, subi ich sehe schon wie die abgelenkt sind ja hier liegen nicht ums ins Leichen wenn du hier 5, 6 von den Matrosen hast normalerweise sind die jetzt abgelenkt und rennen alle dorthin zum löschen und yo das machen wir als 68er, 69er AK72 fit da kommt schon der erste von unten mit dazu da kommt der nächste von hinten mit dazu einer ist wieder nach unten wegmarschiert der dürfte demnächst gleich wieder mit hochkommen vielleicht noch ein bisschen mehr mitbringen das weißt du hier nie so richtig jetzt haben wir erst mal die drei mal gucken was noch von unten kommt ja da kommt schon mal wieder Nachschub jojo immer ja damit ah da hätte ich auf den anderen gehen sollen siehste da kommen die nächsten hm 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 da lohnt sich das schon mal ein bisschen größer zu sein alter Schwede drinnen dürfte nichts mehr sein hier hören sie schon auf zu leuchten das ist schlecht also wenn ich hier schon so viel Moschung muss möchte ich auch einen Loot haben verstehst du so hier wollen wir her da oben brennt es noch glückig und ja hier hinten ist alles raus bis auf der da die Seekarten komm her Captain Shelly oder Shelly so da haben wir den hier steht keiner drin ach hier hinten sind ja noch ein paar Einzähne da haben wir ja doch nicht alles gezogen so das hier hin das hier hin das da hin die sind schön Beweglichkeit Ausdauer Eingriffskraft fein so was sollte man noch holen Gebetsbuch von Bischof Straß Bischof was ah ja hier in der kleinen Kirche drin Bischof Straß Nonnelide that yet ja da kannst du knippeln wie du willst du fällst um wie num was hat die ja gerade gemacht ich habe es nicht gesehen Mist so ich habe wieder auf ein anderen Monitor geguckt wie sieht es aus mit der Auslastung ah ja das ist ich bin aber auch ein bisschen nervös bin das jetzt nicht gewohnt mit einer OBS aufzunehmen quietsch hier haben wir noch Quest abzugeben naja es ist ja nicht mehr da oben das ist ja hier die Spionen map map du bekommst das da und dass ihr ein Abbild stehlt jo mach mal haben wir doch gleich um eine Ecke hab ich da wieder was bekommen jawohl da da hin da da hin muss der nö einfach nur aha ach da hat der Kast Balken geht's gefehlt oder wat also irgendwie ist die Quest vorbei beendet seltsam fertig ist fertig keine Fragen stellen hat funktioniert manu ach ja und ich sehe es auch schon wieder ja ist ja gut zicke hast du da eigentlich eine Schaufel in der Hand soll ich dir eine Verschaufeln boah dass ihr die Glocke der Abteil läutet und anschließend von hoch ab die benötigten Informationen beschafft jo aber das machen wir erst in der nächsten Runde ich bedanke mich fürs Reinschauen Vorbeischauen Zuschauen Dankeschön wenn es euch gefallen hat sehen wir uns in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment Petschda und Waddle K auf dem Privatsober Rising Gods bis dahin auf Wiedersehen und Schäsi Kowski Ski